Willkommen zum neuesten First Aid Video Blog! Hallo zusammen, wir sind jetzt heute hier am Ursprunglager in Laxenburg. Was ist das Ursprunglager für die, die es nicht wissen? Das Ursprunglager ist das momentan größte Pfadfinderlager in Österreich. Es sind ungefähr 6.500 Pfadfinder aus der ganzen Welt da. Im Hintergrund, also wir stehen da im Eingangsbereich, wo wir heute am Abend ein Konzert spielen werden im Ra-Ro-Unterlager. Es werden ungefähr 1000 Leute erwartet, die hier auf dem Areal stehen. Da ist die Bühne. Im Hintergrund, vielleicht sieht man das, da steht eine freischwebende Plattform. Ein Plattform. Eine. Da spielen wir aber nicht. Wir spielen bei der Bühne. Genau. Und wir haben ja den offiziellen Lagersong für dieses Lager geschrieben, zurück zum Ursprung. Deswegen sind wir auch heute hier. Wir haben schon mehrere Konzerte hier gespielt. Heute spielen wir auch ein Akustikkonzert und da spielen wir auch beim Abschlusskonzert. Genau. Das ist so unser Auftritt hier. Das Abschlusskonzert wird dann übermorgen sein. Da gibt's dann wahrscheinlich... Gibt's auch noch einen Block? Nein, da gibt's keinen Block. Das ist der allgemeine Ursprung-Glock. Das ist ja alles. Gut, dass wir uns das immer vorher ausmachen. Damit das Lagerfeuer, das hier aufgebaut wird, dann erwähnt. Ja. Es wird vor unserer Bühne... Du musst da reinreden. Ja. Es wird vor unserer Bühne ein riesen... Ein großes Lagerfeuer aufgebaut. Vor unserer Bühne? Daneben. Also so, dass wir jetzt Leihwand gut beleuchtet sind und ich glaube, das wird sehr... Stimmig. Ein sehr stimmungsvoller, lange Nacht der Lagerfeuer. Aber ich schneide da einfach ein paar Sachen rein. Das heißt, ihr seht das jetzt gerade. Wir nicht. Wir nicht. Es wird sehr stimmig. Es wird sogar mehr stimmig. Ah, ist das warm. Schau. Oh, schönes Lagerfeuer. Hm. Wird's jetzt genistern. Und nicht schlecht, gell? So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, genau. Das ist auch wichtig auf diesem Lager. Genau. Eines der wichtigsten Sachen, womit man hier überlebt. Anti-Mücken-Spray. Bei uns heißt das Gellse, ne? Gellse. Ja, ist ein Gellse und keine Mücken. Gellse, die Gellse. Und, äh, ja. Wie gesagt. Wenn's Zeit habt, kommt's vorbei. Wenn Sie da schauen, ist das Lager schon vorbei, aber ist egal. Gut gemeint. Jetzt wisst ihr, wo wir hier waren und wir freuen uns schon eigentlich jetzt auf die nächsten Konzerte dann wieder. Ja. Im Herbst und im Winter, weil dann geht's los mit der Promotour für das neue Album, das ihr übrigens schon längst kaufen könnt, falls ihr es noch nicht habt, sich selbst fast schon zu spät dran. Wo gibt's das? Es gibt's entweder bei uns direkt oder bei unseren Konzerten. Oder ihr schaut einfach auf die Homepage, da sind alle Links drauf, wo ihr es auch über iTunes und Amazon runterladen könnt, zum Beispiel. Es gibt's eh fast überall eigentlich. Keine Ausreden mehr. Es gibt keine Ausreden, dass man, genau, keine Ausreden, dass ihr sagt, das klickt man ja nie irgendwo. Denkt daran. Denkt daran. Vergesst das nicht. Interview? Nach welchem Sender? Ah ja, genau. 886. Ah ja, 886 Interview. Ähm, Freitag, den 19. August. Interview auf 886. Den ganzen Tag lang wird das Album vorgestellt und dann um 11 Uhr sind wir live im Studio, wo es auch ein Interview gibt. Live. Live. Im Studio. In Stereo. Also nicht mehr es besonders werden. In Stereo. Genau. Gut. Das war's. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Wenn's dann wieder heißt, schaltet ein zum neuen First Aid Video Blog.